So, liebe Fischfreunde, heute mache ich Sahnehering nach Omas Rezept. In einem Gemisch aus Sauerrahmen und Joghurt mische ich Apfelstücke. Als nächstes kommen wir Gürkchen-Schalten dazu. Das verfeinere ich mit einem Schuss Sahne und schichte das mit den Heringen in eine Form, dass es über Nacht zählt. Am nächsten Tag verteile ich ein paar Zwiebelringe da drauf. Petersilie, wie man knusprige Bratkartoffeln macht, seht ihr in der Beschreibung im Link. Und fertig.